Musik Und ihr Frau bereitet das Essen zu. Die Frau bereitet das Essen zu. Die Frau hat das Essen zu bereitet. Hallo, ich bin Laufkäfen. Ich helfe meiner Oma zu Hause. Für Weihnachten gibt es viel Arbeit. Ich puste das Feste. Ich lische den Staub. Ich breite das Essen zu. Das Haus. Das ist die Kuchel. In der Kuchel muss man kuchen. Das ist das erste Zimmer. In dem Esszimmer sollen man Essen und Brüten treffen. Das ist das zweite Zimmer. Hier muss man sich duschen und sich stützen und putzen. Der Hut. Das Fernglas. Das Sonnenoil. Die Fotokamera. Die Landkarte. Musik 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 Wie man die Adjektive steigert. Wir teilen sie in zwei Gruppen. Regelmäßig und unregelmäßig. Klein ist regelmäßig. Also klein, kleiner und am kleinsten. Und das Wort schnell geht genauso. Gut. Besser. Am besten. Diese Reihe musst du dir einfach merken. Das ist eine Ausnahme. Hallo, heute zeigen wir euch, wie man den Imperativ von regelmäßigen Verben bilden kann. Das führe ich oft bei mir zu Hause. Und du bestimmt auch. Also, es geht los. Du räumst das Haus auf. Räum das Haus auf. Das Verb in der zweiten Person singular konfigurieren. Und dann einfach du und die Endung st weglassen. Du bringst den Müll weg. Bring bitte den Müll weg. Mit bitte ist es bestimmt höflicher. Mit bitte ist es bestimmt höflicher. Musik Das war's. Musik Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020